Teil 29 in Gryffindor Hermine wachte schweißgebartet auf. Sie konnte sich nicht mehr genau an den Traum erinnern, doch sie glaubte Draco gesehen zu haben, der ihr vorwarf, ihn betrogen zu haben. Ein Blick zu den anderen Betten zeigte ihr, sie hatte die übrigen Mädchen nicht geweckt. Die rot-goldenen Baldachine bedeuteten, dass sie tatsächlich wieder Hermine Granger aus Gryffindor war und sich in ihrem eigenen Bett befand. Hermine streckte sich und stand leise auf. Es war zwar noch sehr früh, aber sie konnte ohnehin nicht mehr einschlafen. Nachdem sie sich gewaschen und angezogen hatte, ging sie hinunter in den Gemeinschaftsraum. Zu ihrer Überraschung war schon jemand da. Ron saß dort verloren in einem Sessel und sah mächtig verkatert aus. Guten Morgen, grüßte Hermine ein wenig verlegen. Morgen, brummte Ron und sah sie dabei nicht an. Hermine setzte sich in den Sessel gegenüber. Eine ganze Zeit lang schwiegen sie, während Ron noch immer in den erloschenen Kamin starrte. Schließlich fragte Hermine leise, wie geht es dir? Der Gryffindor schnaubte. Wie soll es einem schon gehen, der erfährt, dass seine Freundin in Wirklichkeit eine andere war, wenn ich nur daran denke, dass ich dich beschimpft und bedroht habe? Wird mir ganz schlecht. Und dann scheuere ich dir Weihnachten auch noch ins Gesicht, dass ich mit Pansy geschlafen habe. Ich bin so ein Volltrottel. Alle waren misstrauisch, nur ich nicht. Hermine lächelte zaghaft. Liebe macht blind. Dabei dachte sie an Draco, der die Zeichen ebenfalls bewusst ignoriert hatte. Ron sah auf seine Hände. Ist dir eigentlich klar, dass ich länger und öfter mit Pansy zusammen war als mit dir? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Jetzt erst blickt er sie traurig an. Es tut mir leid, Hermine. Aber ich kann nicht so einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen. Das verlangt doch auch niemand von dir. Vielleicht solltest du dir erst einmal klarmachen, wen von uns beiden du wirklich liebst. Schloss sie vorsichtig und setzt den Gedanken hinzu. Bitte Merlin, lass es Pansy sein. Wie meinst du das? fragte Ron sofort. Naja, du hast schon bemerkt, dass deine Hermine sich verändert hat. Die Frage ist nur, ob dir diese Veränderungen gefallen haben. Du hast mich mit den Hausaufgaben hängen lassen. Dafür hattest du mehr Zeit für mich. Es hat dir nichts ausgemacht, mit mir überall rumzuknutschen oder mich zu berühren, wenn andere dabei waren. Zu Weihnachten hast du mir einen echt süßen und verführerischen Slip geschenkt. Sogar meine Mutter hat gelacht. Du hast mich nicht mehr bevormundet, sondern zu mir aufgeblickt. Du hast mir das Gefühl gegeben, mehr zu wissen als du. Du mochtest es, wenn ich mich vor dich gestellt habe, wenn insbesondere Ginny begann dich zu hänseln. Früher hättest du dich immer selbst verteidigt, aber jetzt hast du dich auf mich verlassen. Das hat mir richtig gut gefallen. Als hätte er schon zu viel gesagt, verstummte Ron und blickte skeptisch auf Hermine. Für mich hört es sich beinahe so an, als mochtest du die neue Hermine lieber. Vielleicht solltest du immer mit Pansy darüber reden, sagte sie behutsam. Wie stellst du das denn vor? Ein Reihenblut aus Lesungen. Hermine fiel auf, dass sie ihre Behauptung nicht dementierte. Pansy wusste, mit wem sie sich einließ. Ich vermute mal, sie hat sich wirklich in dich verliebt. Nur weiß sie jetzt natürlich nicht, dass auch du etwas für sie empfindest. Fang sie ab und sag es ihr. Ich glaube, es würde sie sehr freuen. Ron sah sie erstaunt an. Was ist mit uns? Liebst du mich denn nicht mehr? Natürlich liebe ich dich. Ich habe es immer getan, beeilte Hermine sich zu sagen. Aber während meiner Zeit bei den Slytherins hatte ich genügend Zeit, euch zu beobachten und etwas Abstand zu gewinnen. Ich habe gesehen, wie glücklich du mit ihr warst und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass du sie wirklich liebst. Dann habe ich über uns nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir als Freunde viel besser zusammenpassen. Unwillkürlich hielt sie den Atem an. Doch Ron grinste schief und sagte bloß, vielleicht hast du recht. Ein Versuch wäre es wert, oder? Hermine nickte erleichtert. Jetzt musst du dir nur noch ein Herz fassen und mit Pansy reden. Was wird Malfoy dazu sagen? Warf der rothaarige Gryffindor ein. Ihn interessiert Pansy nicht. Aber sie waren doch mal zusammen. Das ist doch schon ewig her. Ron schüttelte nachdenklich den Kopf. In der Winkelgasse war er doch mit ihr. Ich meine, dir zusammen dort. Sie sind nur befreundet, Ron. Weiter nichts. Na, du musst es ja schließlich wissen. Eben. Was hältst du von Frühstück? Oder schlägt ihr die Sache auf den Magen? Ron stand auf und zog Hermine in seine Arme. Danke. Du bist ein tolles Mädchen. Schön, dass du das auch endlich gemerkt hast, du Troll. Schmunzelte sie. Ron lachte und küsste sie auf die Wange. Habt ihr euch ausgesprochen? Fragte Harry neugierig. Er kam gerade mit verstrubbelten Haaren aus dem Schlafsaal. Hallo Harry, grinste Hermine. Hast du wieder deine Bürste verlegt? Musst du gerade sagen, feigste er zurück. Sie alberten noch eine Weile herum und Hermine genoss es. Wie hatte sie diese Ungezwungenheit in Slytherin vermisst? Schließlich stieß auch Ginny hinzu und die vier gingen zum Frühstück in die große Halle. Dort setzten sie ihren Schabernack fort. Hermine warf einen unauffälligen Blick zum Tisch der Slytherins hinüber, aber sie konnte aus ihrem Jahrgang nur Gregory und Millicent entdecken. Irgendwie war Hermine erleichtert, dass Draco sich nicht blicken ließ. Als sie die Halle wieder verließen, zog Harry sie am Ärmel, als sie nach rechts abbiegen wollte. Hey, wo willst du denn hin? Zum Giffenorturm geht es da lang. Ach ja, wie macht der Gewohnheit? Er entschuldigte sich Hermine und folgte den anderen. Draco sah sie erst am nächsten Tag im Unterricht wieder. Den Mahlzeiten war er ferngeblieben. Hermine erschrak. Er wirkte krank. Seine helle Haut sah aschfahl aus und seine Augen glänzten fiebrig. Immer wieder blickte Hermine zu ihm hinüber, doch er ignorierte sie vollkommen. Ebenso wie alle anderen Slytherins dies taten. Einzig Pansy starrte von Zeit zu Zeit böse auf die Gryffindor. Doch das interessierte Hermine herzlich wenig. Allerdings wies sie Ron darauf hin. Jedoch war dieser sich nicht sicher, ob er tatsächlich den ersten Schritt auf Pansy zugehen sollte. Zu groß waren seine Befürchtungen. Hermine könnte die Zeichen falsch gedeutet haben. Warte nicht zu lange, riet sie ihm. Du siehst ja, wie viele Jahre wir verschwendet haben und was aus uns geworden ist. Die besten Freunde, grinste Ron schief. Die nächsten zwei Wochen sah die Gryffindor Draco überhaupt nicht. Als er wieder im Unterricht erschien, wirkte er abgestumpft, sah aber nicht mehr so krank aus. Hermine sorgte sich. Sie wäre besser damit klargekommen, wenn er erneut begonnen hätte, sie zu verhöhnen. Doch dieses stille Leiden zerrte an ihren Nerven. Von Luna Lovegood erfuhr sie schließlich, wo Draco gewesen war. Die Ravenclaw hatte einen Hauskollegen auf der Krankenstation besucht. Dort hatte sie Draco entdeckt. Wenn Hermine es doch nur früher erfahren hätte. Vielleicht hätte sie den Mut aufgebracht, ihn dort heimlich zu besuchen. Ach was. Sie hatte es ja noch nicht einmal fertiggebracht, Gregory Goyle nach seinem Freund zu fragen. Da die Slysuens, mit Ausnahme von Pansy, sich offenbar weiterhin darauf geeinigt hatten, Hermine wie Luft zu behandeln, ignorierte auch die Gryffindor, ihre ehemaligen Hauskollegen. Am Samstag fand das Quidditch-Spiel Gryffindor gegen Hufflepuff statt. Zum ersten Mal in diesem Schuljahr stand Hermine auf der Tribüne der Löwen. Sie hatte das Glas vor Augen. Doch ihr Interesse galt nicht nur dem Spiel. Immer wieder sah sie zu den Slysuens hinüber. Draco hatte die Arme verschenkt und betrachtete teilnahmslos das Geschehen. Pansy dagegen hielt ihr Glas ununterbrochen auf das Spielfeld gerichtet. Eben schoss Hufflepuff ein Tor und Ron, der ein waghalsiges Manöver geflogen war, wäre beinahe vom Besen gestürzt. Hermine sah deutlich, wie Pansy zusammenzuckte. Also doch, die Slysuen war wahrhaftig in Ron verliebt. Harry ging in einen steilen Sinkflug über. Eine halbe Minute später hielt er den goldenen Schnatz in den Fingern. Hermine beobachtete, wie Blaze auf der Slysuentribüne wütend ein Fluch ausstieß. Draco hingegen verzog keine Miene. Er zuckte lediglich mit den Achseln und verschwand schnell in Richtung Schule. Nach dem Spiel unterrichtete Hermine rund von ihren Beobachtungen und den einzig möglichen Schlussfolgerungen. Er wurde rot und nahm sich fest vor, bei der nächsten Gelegenheit mit Pansy zu sprechen. In der kommenden Woche stellte Professor Slughorn in der Zaubertranksstunde immer ein Pärchen aus Slysuen und Gryffindor zusammen. Hermines Herz raste, als Slughorn sie Draco zuteilte. Sir, sagte Ron sofort, nachdem der Lehrer geendet hatte, dürfte ich mit Miss Parkinson zusammenarbeiten? Ja, das passt auch. Professor, würden Sie mir bitte Miss Brown oder Miss Petal zuteilen? Dracos Stimme war leise und Hermine spürte, wie ihr die Kehle zugeschnürt wurde. Ich bedauere, Mr. Malfoy. Sie und Miss Granger sind die besten Schüler meiner Klasse, abgesehen von Mr. Potter natürlich. Ich habe mir schon etwas bei der Zusammenstellung gedacht. Dann geben Sie mir meinetwegen Potter, knirschte Draco. Nein, nein, immer ein Pärchen. Und nun los. Miss Granger, gehen Sie hinüber. Hermine trat näher an Dracos Tisch. Seine Augen flogen hektisch durch den Raum, nur um sie nicht ansehen zu müssen. Hermine schlug das Buch an der von Professor Slughorn gewünschten Stelle auf. Der Partner auf der linken Seite verarbeitet auch die Trankzutaten auf der linken Buchseite. Der auf der rechten, die auf der rechten Seite. Um die Wurzel, die auf der nächsten Seite steht, müssen Sie sich streiten. Wenn Sie alles vorbereitet haben, beginnen Sie mit dem Braun, forderte der Lehrer die Klasse auf. Hermine fing an. Sie versuchte, sich auf ihre Seite der Zutaten zu konzentrieren. Immer wieder sah sie jedoch auf Dracos Finger, die ständig ein wenig zu zittern schienen. Es machte sie wahnsinnig, so nah neben ihm zu stehen. Sie roch seinen Duft und Erinnerungen tauchten in ihr auf. Sie glaubte erneut, seine Hände und Lippen überall auf ihr zu spüren. Gewaltsam verdrängte sie die Bilder. Schließlich hatte sie alle Zutaten zerschnitten, ausgepresst oder verrieben. Auch Dweco war fertig und blätterte die Seite um. Gleichzeitig griffen sie nach der Ingwerwurzel. Ihre Finger berührten sich und Hermine war es, als hätte sie einen Stromschlag erhalten. Das halte ich nicht aus, keuchte Dweco und ließ sein Messer fallen. Er schnappte sich seine Tasche und rannte aus dem Kerker. Hermine zwang sich, ihm nicht nachzusehen, sondern zersäbelte die Wurzel. Was hat er denn? Fragte Professor Slakorn. Auch Schmerzen. Antwortete Hermine geistesgegenwärtig. Mit all seiner Verbissenheit stellte sie den Trank fertig. Nach der Stunde zog Ron Hermine beiseite und gestand ihr, sich nun sicher zu sein, sich wirklich in Pansy verliebt zu haben. Doch den Mut, sie darauf anzusprechen, hatte er noch nicht aufbringen können. Ist auch schlecht mitten im Unterricht, Ron. Antwortete sie abwesend, während ihre Gedanken bei Dweco walten. Warte auf eine bessere Gelegenheit.